Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Vlog, würde ich gerade mal schon sagen. Es geht schließlich darum, es ist quasi ein Kanal-Update auch. Ich will ein paar Sachen besprechen und zwar zum ersten, scheiße ihr seht meine Handgestikulation gar nicht. Ich muss mich mal ein bisschen anders setzen. Ich habe das Ding jetzt nach oben, ah Mist, also das Handy, ich filme mit der Frontkamera und jetzt seht ihr hier die Decke und ich muss mich jetzt von oben dran setzen, nur damit ihr meine Gestikulation seht. Ne, also was wollte ich jetzt sagen, genau. Also Kanal-Update, zum ersten habe ich jetzt quasi die Monetarisierung aktiviert und dadurch ist mir, also das wollte ich nur mal ausprobieren, dadurch ist mir aufgefallen, dass ich jetzt auf einmal die Videos planen kann, was für mich dann heißt, ich habe diesen ganzen Rudel nicht mehr, die Videos einzeln zu veröffentlichen, sondern kann sie direkt planen. Ich kann sie planen und dann habe ich das ganze Problem nicht mehr. Dann kann ich auch jetzt endlich diesen scheiß Uploadplan rausbringen. Wenn ich dann nämlich genug Videos, sagen wir mal, vorgedreht habe, die ich dann hochladen kann, dann kann ich auch die zum entsprechenden Zeitpunkt online stellen. Dann habe ich wirklich diesen ganzen Huddle nicht mehr und kann dann abends immer schön die Kommentare lesen, die beantworten und dann passt mir das alles viel besser als so zwischendurch, Online-Stell, oh Online-Stell, scheiße, ich habe die Zeit verpasst, oh nein, ich bin schon wieder 10 Minuten zu spät und sowas, weil ich ja die Videos in letzter Zeit ziemlich unregelmäßig rausbringe. Ich meine, da kommen zwei am Tag, aber die kommen dann um 14.37 Uhr und um 17.26 Uhr oder sowas, weil ich da nie richtig den Zeitpunkt erwische, um das dann zu machen. Aber jetzt habe ich endlich diese geplant Funktion wieder drin. Was ist denn mit meinen Haaren los, ey? Ja, ich hatte eben so eine Sturmhaube auf und seitdem sind die total durch den Wind. So, machen wir das mal so. Ich habe mich extra schon vorbereitet für den nächsten Bankraub, den ich geplant habe. Ich habe hier auch meine Pistole, seht ihr? Also, die ist sofort einsatzbereit und ja, jetzt sind meine Haare wieder durchschnittlich. Die ist sofort einsatzbereit und die kann jeden... Seht ihr das? Also, die ist wirklich gut, ne? Ähm, ne, Quatsch. Also, ich habe diese geplant Funktion drin und ich habe vielleicht bald noch was anderes in Aussicht. Zum einen hatte ich ja das gesagt mit dem MMOGA-Partner, dass ich da vielleicht etwas finanzielle Unterstützung erhalten könnte für Leute, die vielleicht auch da bestellen. Und ansonsten war es das eigentlich schon mit diesem Video. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns... Quatsch, die Folge hat euch gefallen? Ne, ich hoffe, äh, ihr seid auch weiterhin bei meinen Videos mit dabei. Und ich sage dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, euer RR Goalie, HD, Full HD. Ne, Quatsch, ich bin gar kein Full HD, ich bin nur HD. Alles klar, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. actions- Bis zum nächsten Mal. Sב�ch. налiggen remplut cima. Bis zum nächsten Mal. S��니다.